Hi zusammen, Hannes hier für NotebooksBilliger.de und wir haben heute eine kleine exklusive Premiere für euch und zwar das Fractal Design Define R6. Das Define R6, jetzt das neue Flagship von Fractal Design, beerbt mehr oder weniger das R5. Was es alles so zu bieten hat, schauen wir uns jetzt einfach an. Fangen wir gleich mal beim Äußeren an, nämlich bei den Staubfiltern. Sehr sehr wichtiges Feature und hier von Fractal auch wirklich sehr gut gelöst, nämlich ihr könnt die Staubfilter mit wenigen Handgriffen einfach lösen. Die Frontblende ist ein bisschen hakelig, aber da gewöhnt man sich auch dran. Allzu oft muss man da ja eh nicht dran. Generell die obere Abdeckung, sehr praktisch gemacht, lässt sich mit einem einfachen Knopfdruck öffnen. Ihr habt da drin einen ganz normalen Staubfilter wieder sitzen unter der Abdeckung und je nachdem, was für ein Setup ihr fahren wollt, könnt ihr eben entweder eine Schalldämmung oben aufsetzen, die im Lieferumfang schon drauf ist oder ihr nehmt sie einfach ab und habt oben ein komplett offenes System mit Staubfilter und könnt dort eben beispielsweise eurem Radiator unterbringen für die Wasserkühlung. Wo Fractal Design dann allerdings ein bisschen geschlampt hat, ist beim Staubfilter an der oberen Abdeckung, denn der lässt sich nicht einfach vom Gehäuse trennen und durch die Lamellen, die da drüber liegen, wird ein bisschen schwierig dann zu reinigen sein. Schon die Rückseite zeigt, dass ihr richtig viel Platz für Erweiterungskarten habt. Ihr könnt die Grafikkarte sogar senkrecht einbauen, statt nur Wahlgerecht. Was allerdings ein bisschen schade ist, da ist der erste kleine Patzer von Fractal. Das Zubehör dafür liegt nicht bei. Das heißt, ich habe kein Bracket, um die Grafikkarte zu stecken, beziehungsweise auch keine Riser-Card, die benötigt wird, um das Ganze eben umzusetzen. Sehr schön ist, dass ihr an das Innenleben ohne Probleme rankommt. Ihr braucht kein Werkzeug oder ähnliches dafür. Einfach die Thumbscrews lösen und schon lösen sich die Seitenwände ab. Wenn wir jetzt hier das normale Modell stehen, ohne Glasseite, aber es gibt noch eine zweite Version mit Temperate-Glasseite, die dann noch ein bisschen optisch ein bisschen mehr hermacht, um eben das schöne Innenleben des PCs zu sehen. Auch im Innenleben kommt ihr ziemlich weit ohne Werkzeug, denn die ganzen Laufwerksschächte an der Zahl 6 3,5 Zoll Slots, 1 5,25 Zoll Slot und 2 2,5 Zoll Slots könnt ihr ohne Werkzeug aus dem Gehäuse entfernen. Einzig dann zum Montieren der Festplatten braucht ihr wahrscheinlich einen Schraubenzieher. Platz findet selbst ein eATX-Mainboard, also das heißt, richtig große Boards sind auch kein Problem für das Gehäuse. Unser ATX-Mainboard hier wirkt fast ein wenig verloren im Case, weil es einfach so viel Platz bietet. Sämtliche Laufwerksschächte können entfernt werden, also wenn ihr mehr Platz braucht für eine größere Grafikkarte, für einen fetten Radiator an der Front oder auch im Deckel, deswegen mussten wir das Ganze ausbauen, dann könnt ihr das aber tun, das ist überhaupt kein Problem und dann fallen lediglich die 3,5 Zoll Slots weg. Kann man verkraften heutzutage, baut man sich im größeren SSDs ein. Neben dem großen Mainboard ist wie gesagt auch jede Menge Platz für weitere Erweiterungen, beispielsweise eben für eine Wasserkühlung mit großem Radiator. Wir haben jetzt hier eine Be Quiet Silent Wing 280 Millimeter Wasserkühlung drin, das heißt 280 Millimeter in der Breite und die passt mühelos ins Gehäuse samt Lüfter und allem drum und dran und wir haben immer noch jede Menge Platz. Auch eine 300 Millimeter Grafikkarte versinkt einfach im Gehäuse und fällt nicht weiter auf. Auch für ausreichend Frühstuft ist gesorgt, denn bis zu 920 Millimeter oder 840 Millimeter Lüfter finden im System Platz. Vorinstalliert sind insgesamt 340 Millimeter Lüfter, an der Front zwei Lüfter, die das Gehäuse und Frühstuft versorgen und auf der Rückseite einen einzelnen Lüfter, der die Abluft absaugt. Ein schönes Detail ist noch die integrierte Lüftersteuerung, denn ihr habt auf der Rückseite des Mainboard-Trails einfach eine Schnittstelle für bis zu sechs 3-Pin-Lüfter und zusätzlich drei PWM-Lüfter, die direkt über einen SATA-Anschluss mit Strom versorgt werden und dann eben per PWM-Anschluss mit dem Mainboard verbunden werden, sodass ihr die Lüfter dann entsprechend steuern könnt. Auch für das Kabelmanagement ist jede Menge Platz vorhanden. Leider sind die schon integrierten Kabel nicht immer lang genug, so ist das USB-Kabel bei uns ein bisschen zu kurz und ragt dadurch ins Gehäuse gut sichtbar rein. Die Frontlüfter haben ein bisschen zu kurze Kabel und ragen dadurch ins Gehäuse rein. Das sind so Punkte, die könnt ihr aber noch ein bisschen optimieren am Gehäuse. Ansonsten gibt es auf der Rückseite direkt zwei Klettbänder, mit denen sich der Hauptkabelstrang befestigen lässt. Was den ein oder anderen fehlen wird, ist wahrscheinlich eine Blende, um die Kabel dann komplett zu verbergen, aber ich denke, das ist bei dem Preis auch einfach nicht zu erwarten. Netzteile dürften auch größere Modelle überhaupt kein Problem sein. Unser 750 Watt Be Quiet Dark Power Pro passt mühelos hinein. Auch die Kabel kann man da drin noch verstauen, sodass sie eben nicht ins Gehäuse reinragen. Das ist also auch überhaupt kein Thema hier. Okay. Ja, das waren jetzt mal die Kernfeatures vom Fractal Design Define R6. Uns hat wirklich sehr, sehr gut gefallen oder mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Es war super einfach, hier einen PC reinzusetzen. Und wie ihr vielleicht sehen könnt, wir haben jetzt ein sehr, sehr leistungsfähiges Setup drin, eben mit 750 Watt Netzteil. Wir haben hier eine große 280 mm Wasserkühlung drin, einen fetten Core i7 Prozessor, eine GTX 1080 und es ist immer noch jede Menge Platz im Gehäuse. Also das würde ich schon sehr, sehr cool. Gerade wenn ihr ein etwas aufwendigeres Setup fahren wollt, findet ihr jede Menge Platz. Ein paar Kleinigkeiten, gerade so ein paar Anschlussstellen, so ein paar Klemmverbindungen sind ein bisschen hakelig. Auch die Seitenwände sind manchmal so ein bisschen, gehen ein bisschen schwer ab. Das sind aber so kleine Schnitzel, die ich persönlich dem Gehäuse verzeihen kann, weil es ansonsten einfach sehr, sehr viel bietet. Was ich beinahe vergessen hätte, ist der Preis. Der, sollte man meinen, fällt relativ hoch aus, ist aber eigentlich gar nicht der Fall. Denn die Standversion, wie wir sie hier stehen haben, liegt bei 129,99€ als UVP und die Version mit Temperate Glass Seitenteil liegt dann bei 149,99€. Also ein fairer Preis, wie ich finde, für das System. Ihr bekommt hier einiges geboten. Es sind Lüfter mit vorinstalliert, ihr habt jede Menge Platz. Ihr könnt wirklich gigantische Kühllösungen verbauen, fette E-ATX Mainboards einbauen. Also wirklich jede Menge Platz für eure Hardware. Ja, sofern dann erstmal zum Fractal Design Define R6. Ich hoffe, es hat euch gefallen und lasst uns gerne mal ein Abo da, Fragen gerne in die Kommentare und dann bis zum nächsten Mal.